Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Im letzten Video haben wir gesehen, wie man eine Funktion schreibt, wie man Parameter übergibt und wie man einen Rückgabewert definiert. Das wollen wir uns jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassend angucken und dann noch einmal schauen, wie man jetzt genau eine Funktion definiert. Also ein wenig Retrospektive betreiben, was wir im Grunde im letzten Video alles schon gehört haben. Das Ganze werden wir uns an einem weiteren Beispiel anschauen. Eine Funktion muss grundsätzlich definiert werden, bevor man sie in einem Programm benutzen kann. Sei es im Hauptprogramm oder von einer anderen Funktion aus. Darauf müssen wir also immer achten. Wir müssen bei der Funktionsdefinition außerdem auf einige weitere Dinge achten. Dazu gehört insbesondere, dass wir immer das Schlüsselwort Function angeben. Das hatten wir im Beispiel schon gesehen, werden wir auch gleich auf der nächsten Folie noch einmal sehen und uns das danach auch noch in live angucken. Das Wort Function muss also dort stehen. Nur bei der Definition der Funktion. Nicht, wenn wir sie aufrufen. Da darf das Wort nicht stehen. Direkt dahinter folgt dann nach einem Leerzeichen der Name der Funktion. Dahinter kommen dann in runden Klammern die Parameter und dahinter dann ein Block aus Anweisungen. Das heißt, wir machen eine geschweifte Klammer auf. Dann kommen die Anweisungen, die in der Funktion ausgeführt werden sollen, wenn wir sie dann irgendwann einmal aufrufen. Und dann kommt die geschweifte Klammer zu. Bei den Parametern ist noch einmal wichtig, dass diese wie gesagt in runden Klammern stehen. Diese Parameterliste darf leer sein. Nicht alle Funktionen brauchen Parameter, sondern es kommt dabei immer auf die Definition der Funktion an. Für vordefinierte Funktionen müssen wir in der Dokumentation nachgucken, ob und welche Parameter sie erhalten. Manche kriegen Parameter, manche erhalten keine. Die einzelnen Parameter schreiben wir einfach der Reihe nach zwischen diesen runden Klammern und trennen sie mit einem Komma voneinander. Das ist im Grunde genommen schon alles, was wir machen müssen. Die Schreibweise sieht also so aus, wie wir das da unten sehen. Das habe ich hier nicht als Grammatik aufgeschrieben, sondern wie man das letztlich in seinem Code schreiben würde. Das Wort Function, dann der Name der Funktion. Funktionsname würde man jetzt natürlich durch einen geeigneten solchen ersetzen. Und dann in den runden Klammern Parameter 1, Parameter 2 und so weiter, die natürlich auch vernünftige Namen bekommen sollten. Die Punkte hinten sollen andeuten, dass hier beliebig viele Parameter folgen können. Die Punkte selber dürfen da natürlich nicht wirklich stehen, sondern immer nur die Parameter, die wir tatsächlich übergeben wollen. Dann folgt die geschweifte Klammer auf, dann kommen die Anweisungen und dann kann innerhalb der Funktion eine Return-Anweisung erfolgen, muss aber nicht. Es kann auch mehrere Return-Anweisungen geben. Eine Return-Anweisung liefert dann, wenn es sie denn gibt, an die aufrufende Stelle einen Wert zurück. Wenn wir also dieses kleine Programm hier links angucken, das wäre unser Hauptprogramm, sehen wir, dass hier eine Variable temp1 deklariert und initialisiert wird, die den Wert 0 erhält und eine Variable temp2, die den Wert 35 erhält. Wir rufen dann eine Funktion auf. Da steht ja, dass temp1 einen Wert zugewiesen bekommen soll, und zwar den Rückgabewert der Funktion zu fahrenheit, der wir den derzeitigen Wert von temp1, also 0, übergeben. Häufig liest man einen solchen Aufruf als von. Wie man bei einer mathematischen Funktion von einem Sinus von 30 Grad spricht, würden wir hier also zu fahrenheit von temp1 sagen. An die Funktion zu fahrenheit wird der Wert temp1, also 0 in diesem Fall, als Parameter übergeben und die Funktion berechnet irgendetwas. Was immer sie berechnet hat und als Rückgabewert liefert, wird anschließend in der Variable temp1 gespeichert. Das heißt, die Variable temp1 erhält einen neuen Wert, der alte Wert wird überschrieben. Die letzte Anweisung, die wir hier in diesem kleinen Hauptprogramm haben, sagt letf gleich zu fahrenheit von temp2. Das heißt, hier wird offenbar der Wert von temp2, also 35, an die Funktion übergeben und ebenfalls von der Funktion in irgendetwas umgerechnet. Die Funktion liefert wieder einen Wert zurück, den wir in der hier gerade neu deklarierten Variablen f speichern. Wir können also auch die Initialisierung einer Variablen direkt mit einem Funktionsaufruf verknüpfen. Das ist das, was wir hier gemacht haben. Die Variable wird deklariert und initialisiert, wobei die Initialisierung mithilfe eines Funktionsaufrufs erfolgt. Der Funktion übergeben wir hier den Parameter von temp2 als Parameter. Das alles konnten wir verstehen, ohne dass wir wussten, was die Funktion eigentlich tut. Die Funktion heißt zu fahrenheit. Sie wird also vermutlich so etwas wie eine Umrechnung einer Temperatur in Grad fahrenheit vornehmen. Schauen wir also jetzt einmal in die Funktionsdefinition hinein. Da sehen wir dann das Wort Function, dahinter den Funktionsnamen zu fahrenheit und dahinter die Parameterliste, die in diesem Fall nur aus einem einzigen Parameter besteht. Dieser Parameter heißt Celsius. Auch der Name ist Schall und Rauch. Wir hätten die Funktion auch Otto und den Parameter Bismarck nennen können und hätten dann aufgrund dieser Namen keine Idee, was diese Funktion tut. Wir könnten auch trotz des Funktionsnamens zu fahrenheit eine Umrechnung von Kilometern in Meilen vornehmen. Auf diese Weise kann man schön Verwirrung stiften, aber hilfreich ist das nicht, wenn wir selber oder jemand anderer verstehen soll, was wir hier tun. Daher nehmen wir hier lieber einigermaßen vernünftige Namen, sodass jemand, der die Schnittstelle dieser Funktion kennt, zumindest erahnen kann, was hier zu erwarten ist. Dass der Funktion eine Temperatur in Grad Celsius übergeben wird und sie die entsprechende Temperatur in Grad Fahrenheit konvertiert. Eine solche Funktion sollte normalerweise natürlich auch dokumentiert sein, also mit Kommentaren versehen. Hier auf den Folien spare ich mir das aber aus Platzgründen. Meine Kommentare erzähle ich euch ja hier ausführlicher, als man das je in einem solchen Programm dokumentieren würde. Jetzt können wir dieses kleine Programm, das wir da innerhalb dieser Funktion sehen, dieses Unterprogramm sozusagen, ebenfalls einfach durchspielen. Ganz ohne Kenntnis des Hauptprogramms. Wir wissen, es gibt eine Variable namens Celsius, denn jeder Parameter ist gleichzeitig eine Variable innerhalb dieser Funktion, existiert also unter diesem Namen. Diese Variable ist deklariert dadurch, dass sie in der Parameterliste steht und sie ist initialisiert dadurch, dass dieser Parameter mit einem Wert befüllt wird, sobald die Funktion aufgerufen wird. Die Variable Celsius ist also eine deklarierte und initialisierte Variable, die einen Wert enthält. Zum Beispiel, wenn sie in dem Programm links in der dritten Zeile mit Zufahrenheit von Temp 1 aufgerufen wird, den Wert 0. Und wenn wir sie dann in der letzten Zeile mit Zufahrenheit von Temp 2 aufrufen, wird sie natürlich entsprechend mit dem Wert 35 vorbelegt sein. Nun läuft unser Unterprogramm, also die Funktion Zufahrenheit, los. Zunächst wird in der ersten Zeile let f a eine Variable f a deklariert und erhält noch keinen Wert. In der nächsten Zeile wird ihr dann hier ein Wert zugewiesen, nämlich der von Celsius mal 9 durch 5 plus 32. Wenn wir bei dem ersten Aufruf sind, wo die Funktion mit Temp 1 aufgerufen wird, also 0 übergeben wird, hat Celsius den Wert 0. 0 mal 9 durch 5 bleibt 0 plus 32 ergibt 32. f a enthält also nun den Wert 32 und dieser Wert wird zurückgegeben. In unserem Hauptprogramm erhält Temp 1 durch den Aufruf dort in der dritten Zeile den Wert 32. Das kann man wieder auf Papier durchspielen, sollte sich dabei immer die Werte notieren, die in den einzelnen Variablen stehen und nicht versuchen, das alles im Kopf zu behalten. Wir spielen das auch gleich noch einmal richtig durch und gucken uns das noch einmal am Code selber an. Danach wird vom Hauptprogramm aus die Funktion erneut aufgerufen, dieses Mal mit dem Wert Temp 2, also 35. Celsius erhält also den Wert 35. Es wird wieder die Variable f a deklariert und initialisiert. Das ist eine erneute Deklaration, aber das ist okay, weil diese Funktion, nachdem sie abgearbeitet worden ist, gewissermaßen verpufft und nicht mehr da ist. Die Variable f a wird also neu deklariert. Sie erhält dann den Wert 35 mal 9 durch 5, das wären 63 plus 32 und damit hätten wir die Temperatur von 35 Grad Celsius in Fahrenheit bestimmt. Dieser Wert steht jetzt in der Variable f a und deren Wert wird zurückgegeben. In unserem Hauptprogramm erhält also jetzt die neu deklarierte Variable f den Wert, den wir gerade berechnet haben, also 95. Das gucken wir uns jetzt noch einmal live am Code an. So, hier haben wir jetzt das Programm nochmals zusammengefasst und was wir hier sehen ist, dass wir hier keine separate Datei genommen haben, um die Funktion dort hinein zu schreiben, sondern wir können Funktionen auch durchaus hier direkt in unserer Skriptumgebung definieren. Das machen wir an dieser Stelle dadurch, dass wir in unserer Skriptumgebung hinein hier eine Funktion schreiben. Diese definieren wir hier und wenn wir das Programm jetzt durchspielen wollen, dann werden die Anweisungen, die wir hier sehen, erst einmal gar nicht ausgeführt, weil sie eben nur eine Funktionsdefinition sind. Die Funktion wird damit erklärt, wie sie aussieht, aber wir rufen sie noch nicht auf. Die erste Anweisung, die ausgeführt wird, ist daher let temp 1 gleich 0. Anschließend wird die Anweisung let temp 2 gleich 35 ausgeführt, dann wird temp 1 gleich zu Fahrenheit von temp 1 aufgerufen und danach let f gleich zu Fahrenheit von temp 2. Erst hier finden also jetzt die Aufrufe der Funktion, die wir vorher deklariert haben, statt. Das heißt, erst hier erwecken wir die Funktion aus ihrem Schlummer, in dem sie da herumliegt. Und dann legt sie sich anschließend, wenn der Aufruf abgearbeitet ist, noch gleich wieder schlafen. Wir erwecken sie dann in der nächsten Zeile erneut. Sie führt wieder ihre Anweisungen aus und legt sich anschließend wieder schlafen. Dann werden die weiteren Anweisungen ausgeführt, die hier unten die Ausgabe vornehmen. Das gucken wir uns jetzt auch einmal an. Ich habe die Datei Temperaturumrechnung hier in meinem Ordner liegen und öffne sie im Browser. Da sehen wir, dass genau wie eben gesagt zunächst 32 Grad Fahrenheit ausgegeben wird und danach das 35 Grad Celsius, 35 Grad Fahrenheit entsprechen. Das Programm ist also offenbar so ausgeführt worden. Wir haben zwei Funktionsaufrufe durchgeführt und gesehen, dass wir Funktionen auch direkt in einer Skriptumgebung definieren können. Wichtig ist, dass die Funktion immer erst dann ausgeführt wird, wenn wir hier unten bei diesen Zeilen angekommen sind. Die Zeilen, mit denen die Funktion definiert werden, hier oben, werden zunächst eben gerade nicht ausgeführt. Wir haben jetzt wieder Beispiele für Funktionen gesehen, die Return-Anweisungen besitzen. Also einen Rückgabewert liefern und die außerdem Parameter übergeben bekommen. In diesem Fall einen einzigen Parameter. Letztes Mal haben wir schon Funktionen gesehen, die zwei Parameter übergeben bekamen. Es kann aber auch Funktionen geben, bei denen die Parameterliste leer ist und auch eine Return-Anweisung muss nicht vorhanden sein. Eine Funktion kann auch, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen, mehrere Return-Anweisungen enthalten. Sobald die erste Return-Anweisung ausgeführt wird, verlassen wir die Funktion. Das heißt, an dieser Stelle bricht die Ausführung der Funktion ab und alle folgenden Anweisungen werden nicht mehr ausgeführt, sondern man hüpft sofort an die aufrufende Stelle zurück. Damit haben wir jetzt gesehen, wie man Funktionen definiert. Wir haben gesehen, dass wir Funktionen wahlweise in einer separaten JavaScript-Datei oder auch innerhalb der HTML-Datei definieren können, in der wir unser Hauptprogramm schreiben. Beide Wege sind möglich, beide haben wir jetzt kennengelernt. Wir haben gesehen, wie man Parameter übergibt und wir haben Rückgabewerte kennengelernt. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man eine Funktion mit verschiedenen Parametern aufruft und wie die Rückgabewerte anschließend weiterverarbeitet werden, also was wir mit den Rückgabewerten anfangen können. Tschüss, bis zum nächsten Video.